Mein Name ist Leon Gavanas. Ich bin 25 Jahre alt. Ich kämpfe im Kickboxen, im Schwergewicht bis 95 Kilo. Ich bin Europameister und Intercontinental Champion. Im letzten Kampf ging es um den jetzigen Interconti-Titel. Der lief eigentlich perfekt. Ich habe ihn gleich in den ersten paar Sekunden mit harten Schlägen erwischt. Das habe ich dann ausgenutzt und den Kampf in der ersten Runde beendet. Ich bin mental da. Ich habe alles gegeben in der Vorbereitung. Da kann jemand kommen, was will und ich mache den fertig. Und wenn ein Knockout kommt, dann kommt der Knockout. Was für ein Treffer! Eine starke Aktion! Unglaublich K.O. Fritz Schicke! Ich würde sagen, das ist eigentlich die Vorstufe zur WM. Den Kampf muss ich einfach machen, damit ich die WM-Chance bekomme, damit ich den WM-Kampf bekomme. Das ist eigentlich das, wo ich mein Leben schon hinarbeite. Das ist mein Ziel, mein Traum. Und meinen Traum werde ich mir erfüllen. Die Fans können, denke ich, einen spannenden Kampf erwarten und es wird eine geile Atmosphäre wieder. Bei mir wird es krachen. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!